Frauenfeld ist für mich eine echte Party. Das ist das Openair Frauenfeld 2011. Kurz durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Über 140'000 Leute an drei Tagen. Ich bin alles hier. Sondern ich und ich bin euch auch geknallt. 33 Acts und kein Verständigungsproblem. Wegen der Bogenzwertig werden wir noch abgehen. Aber verschaffen wir uns doch eine bessere Übersicht. Wie auf jedem grossen Festival sucht man sich zuerst einen Parkplatz, steht dann an der Schlange an, holt sich einen Bändel und schleppt seinen ganzen Krümpel auf den Zeltplatz. Wer glaubt Hiphopper würden nicht zelten, weil es nicht Ghetto ist, der liegt falsch. Zeltplätze haben lustige Namen. Das Essen nicht. Wer Abkühlen braucht, findet sie da, da und da. Es gibt viele Tüten. Apropos Tüten. Viele hübsche Mädchen. Es gibt Fressstände, Hiphop-Zubehör und Abfalleimer. Die werden sogar benutzt. Teures Bier, teures Wasser und Milch. Das sind Konzerte. Diese Künstler werden gefeiert. Oder eben auch nicht so. Die Party gibt es auch. Der Lieblingstanz ist anschwänzeln. Der macht einen Freestyle. Der muss noch viel lernen. Die dicken Ladies stehen auf mich. Yeah. Ich stehe auf die dicken Ladies. Yeah. Das ist das Openair Frauenfeld 2011. Hohe Geil. Hohe Geil. Hohe Geil. Ich bin froh vor. Das ist die Witz. Wir haben schon in den Telefonzern. Wir haben dich. Ich bin froh.